Kurzmann umklammert, ja, aber dann schon, finde ich, schnell genug losgelassen. Oh, und das ist dann gut gespielt. Jurgjo mit dem Doppelpack. Das war natürlich ein tolles Tor. Aber, Mann. Ja, Nussbaum, der die Strafe rausholt, mitten im Assistpunkt. Weitergeleitet von Wieser, der war dann an allen drei Toren beteiligt. Ein Tor und zwei Assists.